ich habe keine schilder mehr und welche wie lange nehmen wir schon auf das handy können sie sagen sekunde fast eine stunde noch sieben minuten noch eine stunde ja hast noch nato zufällig dabei ja wo punkte es hat mir keiner geglaubt früher was wir waren so im computerraum und jemand hat gefragt hier wie spät ist so, guck mal bei u.de aber nicht gibt's dir recht hat er nicht gesehen hat er nicht gesehen einfach ein u.de oder wie ein uhr 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 p um d lich ist interessant gibt die seite immer noch mal ich war der ewigkeit nicht mehr drauf mal doch mal also uhr punkt de aktuelle atomzeit 0 24 und 55 sekunden vielleicht ist hier nur was das layout angeht ein bisschen verändert worden was ist das eigentlich ein komischer platz nein da würde ich nicht unterfallen ich frage mich gerade ehrlich gesagt wo ich bin fakt ist das dann auch hier ist auch noch nicht mitnehmen ich glaube ich habe gleich die ganze höhle ausgeschäffelt hast du auch moped gefahren früher oder mofa warum nicht keine ahnung ich weiß dass immer mein mein onkel bzw meine tante meine position sohn die wollen auch das geht schon in richtung land also das war dann auch ab und zu mal so ein paar traktoren rum und so und da ist auch ein feld riesiges so und also besser kam und der hat zum beispiel da ist das keine ahnung da ist das da würde ich mir eher so mofa zulegen als als hier in der etwas passiert hier als in der stadt in der stadt störst du mit dem ding nur da ist mehr hin und her geschoben ja guck mal du musst jetzt vorstellen wenn beidseitig einspurig ist und durchgezogene linie du darfst nicht überholen und da fällt da so ein komischer kacknob mit seinem dreckshaufen vor dir rum ja und du hast einfach verkacken kannst überholen du darfst nur nicht die kreis die linie über linie über ja ja wie willst du das machen ohne den typ weg zu wechsel fahren je nach auto und je nach wie er fährt geht das grüne knutschkugel das allergeilste außer der welt einfach mal googeln google bilder da findet man das moped grüne knutschkugel ich glaube ich gehe gleich ein bisschen sand abbauen mach das ich baue immer noch netter quarts ab aus langer weile weil das voll level bringt irgendwie und dann bin ich wie im minecraft am sonntag weil ich level irgendwas mit über 40 also bitte noch mehr mittags schilder alter kack stift da habe ich gerade schiss gehabt dass ich gleich irgendwo runter fliege seit wann hat man in der höhle ein war auch in der höhle eigentlich mehr fps also man hier an der overworld ist i don't know keine ahnung ich habe hier konstant 70 fps wie die fucking f ich weiß manchmal weniger aber der geht manchmal auf 70 fps hat nether watson habe ich auch noch so gut ich kann direkt eine farm anbauen watson farm ich habe auch keinen soul set soll ich dir gleich welchen mitbringen kannst du machen ne ich kann gleich mal welchen holen besser gesagt kannst du mal zu mir hinkommen dann siehst du mal was ich für so gebaut habe ja kann ich machen oh mann wie gern ich jetzt diesen bodycam hätte man aber das moped will mich einfach minecraft hast kriege crasht so ich glaube ich habe langsam mal genug nether kreuz gesammelt pack ich denn die öfen hin wo ist überhaupt das hellenportal ach du heiliger scheißhaufen ungefähr acht millionen meter weg von mir wo auch sonst wo auch sonst ist nicht synchron was ist nicht synchron so warte mal geht das ist das funktioniert sogar ich brauche eine schippe ich bin mir nämlich ziemlich sicher dass man den scheiß mit einer schippe abbaut erst mal den ganzen kram hier lassen den ich nicht mehr brauche also allein mich doch im arsch ist mir doch scheiß egal ob das nicht ist oder wohl das ist geil aus kannst du dich ja gleich mal zu mir hin und zu mir hin produzieren ja ich gehe nur eben ein bisschen soulcent holen wie viel brauchst du hier ist ja genug von dem scheiß zeug hier ist ja genug von dem scheiß zeug ja bau mal mit der schaufel ab boah färgt das ab dass man darauf so langsam geht ne so holz ich gehe ein bisschen rohstoff ernten wieder auch schon wieder jetzt hättest du schon 80.000 mal so viel wie wir waren nur drei mal nicht ne soll ich nicht übertreiben war nur leicht übertrieben ich gehe mal unten in den riss rein vorher mache ich aber eben schnell was das hier ich hab kein bock nehm den schwert mit weil soweit ich gesehen habe ist da unten auch steuer hier äh komische also ich kann die welten äh die die ich kann nicht kacken doch doch aber die zeit kann ich nicht bei diesem server hier die zeit kann es nicht ändern ne steht dann ähm was warte ach das geht auch ne aber mit 2many items geht zum beispiel nicht ne ne geht nicht weil der command bei 2many items so ist wie auf dem hamachi server beziehungsweise also hat das ist halt so warte so ist der mhm oder beziehungsweise irgendwie 1000 oder 3600 oder so ich weiß nicht vtf ist relativ ja ja erst mal ziemlich tief oh das redstone und so ein fledermäuschen krass diese gräuchten nerven nein ich will da noch keine fackeln haben mein gud ne haha ist das ding dumm voll in lava geflogen berti beleidigt andere leberwesen ja obwohl er selber ein wallfisch ist ja ich hoffe er hat die füße sich jetzt nicht gekränkt oder so leck oh jetzt habe ich keine axt oh mein ne was willst du mir eine axt in die hölle einen baum abbauen ja vielleicht geht es nicht mal schneller der baum muss weg ich höhle behör oh no wieso immer ich wieso wieso bin ich immer der held der smaragde findet das heißt oh no derjenige der smaragde findet findet keine diamanten doch hallo alle scheiß grüß gehst du weg ey oh ich brauche noch mehr netterquartz leck mich doch alter wieviel brauchst du so viel bis ich genug habe und wann hast du genug dann wenn ich meinen weg fertig habe uah wieso machst du einen weg aus netterquartz weil ich das möchte weil ich das möchte sag mal pod hässlich nö nicht beim berti tp bertis texture pack ist nämlich op ist nicht meins aber modifiziert von mir ach ist nicht meins aber modifiziert von mir mhm nicht schlecht habe ich ja nicht selber zusammengestellt das habe ich nur bearbeitet und so ein klein bildchen hinzugefügt hauptsache der riss neben bertis haus ist nicht tief bist du hier auch drin heike nein ich werde aber fast aus versehen reingeflogen ich bin ganz unten das was du da siehst ist jetzt die erste etage da geht es noch ein ende tiefer bis nach höhe 12 ja sauber und da macht berti jetzt stripmine oder was ja wie sollst du nicht ich renne einfach durch die dinger durch durch die gänge und such die aus viel spaß dabei ah ja ich wollte gucken was berti so schönes gebaut hat warte mal gibt es jetzt diese scheiß berti haus ja gibt es noch ich bin auch hier und hast du nicht oh mein gott berti hat etwas gebaut tier scheiß genau hast du der tiercode drin ne natürlich ja so ne so ne so ne so ne so ne so ne deine mama habe ich ja drin wo ist eigentlich das Höllenportal bei Pascals Haus äh gott wo will ich jetzt eigentlich hin ich weiß es nicht egal ich mach Baumjump doing 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 so wo ist ein Pascals Haus wo bist du wo bist du ist die andere Frage wo bist du ist die andere Frage ich bin hier ich bin unten im Riss finde nicht mal einen Diamant ich bin jetzt wieder bei den Bäumen vor Bertis Bude ich bin einfach inkompetent Eike hm